Intro Ich bin bereit, ich bin bereit. Hallo liebe Freunde, willkommen zur ersten Folge Worms Jetzt stimmt das auch Wie heißt Revolution? Ne, wie heißt Worms? Revolution, ja So, mit dabei ist Heiko, Pally und der Alte Ich bin bereit, das ist dran Revolution Ich hab die Glücks Edition Was macht mein grüner da in der Masse? Da badet einer schon Den kannst du wegmachen Wer ist gelb, wer ist gelb Wer ist gelb? Ich bin gelb Dem seiner badet auch schon ganz genüsslich Also ich warne schonmal vor Nubigkeit Ja, sehr Vor allem bei mir Und bei mir Saibo, du hast jetzt die Rundenzeit auf eine halbe Minute auf eine halbe Stunde gesetzt Ey, was? Hey, what the fuck, ich hab Hallo? HALLE! Der hat schonmal angefangen, so Warte, ich hab das gerade auf 10 Minuten gewonnen Gott, nein Er hat 7 Minuten plus minus 20 Minuten Ja Nein, Heiko war blau Oh, da ist Lina gegangen So, Heiko ist dran Oh, Heiko ist auf Heiko gegangen Ja, wir machen keine Teams Ja, wir machen keine Teams Also wir machen keine Teams Warte, 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 warte Warte, warte, warte Alle gegen Juli Ja, eh Heiko, warum auf mich? Weil, du? Hallo? um das verdient der Bruder okay Heiko des Kindes was macht ja hinten die Städte der Grüne steht schön die Tülle was Muckzu hat das Schnitzel das ist das ich bin bei dem Riesen Ich kann gar nicht grinsen immer. Von meinem Heikuswurm nach links wieder so nach links die Wand angrinst. Soll ich die Dumme einfach. Wer ist gelb? Tut mir leid. Sorry Juli. Geh auf gelb! Geh auf gelb! Geh auf dich selbst. So lieber Daniel. Na du bist nicht schon wieder auf Daniel, du hast einen Freund angegriffen. Ich bin scheiß auf Daniel, man. Explodiert dieses Leid. Nein, 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 nein. Dieses Fluid, dieses Benzinzeug da. Das kannst du irgendwann mal zum Explodieren bringen, wenn du genug draufgeschossen hast. Sehr gut! Wir rutschen können. Wenigst du noch eine Rutsche gebaut? Nicht gut. Ja, das war so, wie ich sag mal. Vollsozial. Ich denk doch an Daniel. Wenn er gerne rutschen möchte, dann... Ja, Daniel mag rutschen. Ja, Daniel mag rutschen. Jawoll! So war's das! Ach der da unten? Achso, wo ich doch grad Daniel mit dran. Daniel ist... Daniel muss rutschen. Mach mal Wurmwechsel, damit du rutschen kannst. Mach mal, schaffe ich das? Jawoll! Und jetzt... Ja! Was? Worauf stand der denn bitte? Ich häng genau an der Kante. Dann sagt einer bei COD, sind die Spawnpunkte verkackt. Ja, nehm... Nehm Peter eine Granate. Dann fliegen die beide weg. Das ist so. Was ist das denn? Nehm Peter! Nein! Heiko! Ja, ja, warte. Heiko ich nehme auf, das kannst du nicht machen. Ja, tu ich aber. Nehm Peter eine Granate. Ja, tu ich aber. Tu ich aber trotzdem. Ne? Was machst du denn? Leg die doch da hin und dann renn weg. In Sidebar keine Typs. Schmeiß das da hin und renn dann weg. Was? Wie steh ich die Zeit an? Wie steh ich die Zeit an? Come on in! Fails dabei. Oh nein! Das ist doch neulich. Ich hätte die... Ich hätte eine Sekunde machen müssen, damit es echt tut, wenn es da dran ist und... Also Heiko auf jeden... Ja, kann man lassen, ne? Muss man aber nicht. So, was habe ich denn hier Schönes? Oh man, jetzt grinst er nicht mehr die Wand an. Oh guck mal, der Suki da oben, der guckt Schnitzel so an. So, hm, was willst du ja? Nom 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 nom. Oh, er wird auf den Piedern. Ne, auf mich. Was? Ja, was? Was? Was mache ich? Jetzt sind wir auf gleichem Niveau. Einfach nicht. Ja, klar, der kriegt wieder fünf Leben dazu. Was? Ey, nicht auf mich. Hey, ihr habt alle was gegen Mensch, hab ich das Gefühl. Nein, gar nicht. Heiko auch da. EIN HOP! EIN EURO! Oh nein, Daniel, so! Jetzt, jetzt richtig da gemacht, für den Soldaten bist du auch eine Rutsche. Ja, was ist das? Wieso haben die eigentlich alle 105, ich hab gar nicht aufgehört. Nein, ich hab 105, weil ich den Brainwurm hab. Ich hab Brainwurm, das ist voll unfair. Ja, der gibt halt jedem fünf pro Runde. Also, wenn er dran ist. Rutsche! Das war aber nicht so eine gute Rutsche. Das sind mal beide gerutscht. Das ist eine Halfpipe. Ja, ist so. Heiko! Heiko! Ich kill jetzt Tataman, Mann. Dein Mutti. Ohne, ohne nochmal A dazu. Nimm dir eine Schrotze, dann kannst du Peter und Tatman wegmachen. Jetzt geht doch den nicht normalen... ...Tipps! Da kann ich Peter nicht mit wegmachen. Ja klar, du kannst mit der Schrotze zweimal schießen. Einmal? Ja. Du wirst dich aber nicht selber abschießen. Also, dann dein... Nein, der wird nichts abbekommen. Der wird nichts abbekommen. Wenn du richtig triffst, dann wird er nichts abbekommen. Ja, ja, kann ich die schon benutzen. Dann mach zuerst den Fatten und danach den Peter. Mach zuerst. Und... Das ist so hoch. Okay, dann losgebieben. Nein! Hä, das ist Witz! Ich hab doch voll aus deinem Kopf gezielt, ne? Ich wollte dem Headshot geben und weiter treffen. Warte zweimal zu hoch, ey. Was ist das? Aber guck, das Loch ist genau hinter dem. Was soll denn die Scheiße? Gä? So, Kollateralschaden und auf Heiko gehen. Kollateralschaden? Auf Heiko gehen? Ich fang diesmal selber in die Luft, ey. Scheißegal. Kamikachi! Die ist schwächer als die Grüne. Ach, leck mich doch! Oh Gott! Die Kiste ist Heikos Beschützer. Die ist ein Transformer. Ja. Einen Kistenangeboden. Du wirst deine Kistenangeboden. Weee! Alter, ich will auch so einen Ninja-Wurm. Nee, nicht auf mich, ich hab noch niemals so viele. Aber du hast da oben ne Rutsche für mich gebaut, ich muss noch mal eine für dich bauen. Boah, ich hab voll den Brammen gemacht. Und den Jannis. Nee, ja, eher den Jannis. Das Geld ist nicht dabei. Ich muss noch einpassen. Ich muss noch einpassen. Als Jannis bei Jemann. Ich will nur, dass er rülpst. Nee, das geht drüber. Ich mach's auf Nummer sicher. Nee, mach's doch, das reicht locker. Nein. Wuuu! Alter, was? Guck dir den Wurm an, das ist voll gecheatet, Mann. Hi, Heiko! Er hat auch so eine schöne Brille auf. Oh Gott, nö! Oh Gott, nö! Oh, jawoll! Genau, jetzt! Was, du krass! Oh, gescheiße, Mann! Alter, ich, ich, ich kenn dir nicht, ich kenn dir nicht, wie der Schrotz ist, kenn ich dir nicht. Nein, du musst Flammenforscht machen. Ja, wir müssen noch mal gucken. Crankball! Nö, wer hat sein Handy an seinem? Paddy, wahrscheinlich. Was? Nein, ich nicht. Jetzt weiß ich, warum das aufgehört zu zirpen. Vielen Dank. Niddy hat mir schon wieder geschrieben an! Hey, wann bin ich eigentlich mal dran? Was hat er geschrieben? Ich will dir jetzt diesen scheiß Ninja Wurm hier tot machen. Nein, 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 nein. Wie krieg ich denn den am Arsch? Ich will den da runterschmeißen. Ja, komm, wie der dich anguckt, ne? Der legt sich so, ja. Bin ich so? Der legt sich so, ja. Ich denk mir auch so, ja. Achso, ja, komm doch her. Boah! Komm doch her, kleiner Wurm! Alter! Der waren sogar noch klein, den hättest du gar nicht treffen dürfen. Hä? Ne, ne, es hat schon gefasst. Ja, hätte er hätte Fahrradkett. Das ist aber Heiko. Heiko trifft alles. Hätte er hätte Fahrradkett. Eine Wachkanone. So. Jetzt kommt der Alte. Einbrenner. Boah! Boah! Oh, Mami! Nein, ich hab Angst. Ich hab jetzt die Kisten angefasst. Was mach ich? Was ist denn das überhaupt? Nein, 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 nein. Kannst du einfach mal was das ist? Null! Null! Jawohl! Null! Das ist richtig geil da hier! Scheiße! Habe ich durch Schaden gekommen? Oh nein! Ich habe doch durch Schaden gekommen! Jawohl! Oh nein! Jawohl! Oh nein, Alter! Du kisst nicht. Willkommen, Arsch! Was können wir denn nun machen? Oh Scheiße! Oh Scheiße! Jawohl! Oh nein! Oh, jetzt ist die Wasserrutsche! Lull! What the shit! Kannst du da kommen, dass wir Mini-Luftballons nutzen? Und dann ist da einfach so! Oh, so hält man unter Wasser gesetzt! Juck mich nicht! Oh nein! Ich hab die Wasserrutsche vollendet! Ich dachte, komm mal... Warte mal, wenn ich mal das jetzt auffüllt... Theoretisch tut schon da unter Wasser kein Chat-Fack gehen, oder? Nö! Was ist das denn für'n Scheiß? Seit wann ist das Ding da? Das ist von Juli gerade eben zu depp! Das war's für mich halt! Ich hab' voll brainer! Jürgen! Lass mich! Jetzt sind sie bei mir! Mit Dynamit ist die Beine weg! Sind wir mit Mikrofon gegen mein Tüt? Ja, auf jeden Fall sehr schlau, Juli! Oh nein! Oh nein! Oh ne schönen Kisten! Boah, da waren bestimmt so... ... heilige Granaten und Amageddon und sowas alles drin! Was machst du denn da? Das ist die aber mit Dynamit! Dynamit! Ohohohohohoho! Neben den! Ja genau da! Sehr schön! Geh! Jawoll! Tschüss Heiko! ein erleben hat marmelade werde ich mir zu wenigstens da oben noch die kisten holen ja er macht es die die gar nicht hier das ist aber nett von dir das ist ja auch deine was ist denn das müssen der kisten an der super alter kamikaze ja also in luft springen und das das ist das zu bekommen welcher sein kisten erneut die teleporter noch immer ausbekommen echt so eine scheiß sachen erholt ich habe auch zu ich habe kamikaze und was sie gift spritz oder dort ihr wohl die damit unter wasser ist klar wo er wollte die wette geflogen wird das will machen spät die weg verladen an ein halb noch oder bei einem sie haben wir haben so ein bisschen wirst du ja wohl der sauernde kiste ist klar und juli es sind um für die den internet kackt ab auch ich sei es wäre Nicht im Ernst, oder? Doch, ja. Time out. Oh, nee. Dann kommt er heute nicht mehr in den Test. Echt, geht das noch bei ihm nicht? Aha. Nee, ist bei ihm ganz wert. Er hat aufgegeben. Nee, weil Patty regt das immer so auf. Wenn er out-time, dann kommt er nicht immer in den Test. Nein. Ich weiß jetzt, wenn ich kille. Wen? Bei dich. Warum? Oh, hallo? Ich habe einen ganz normalen Ping, was soll ich scheiße? Mein Ping ist auf 70. Das ist normal bei mir. Ey, ich grill jetzt online. Was schießt der so nach unten? Ich grill jetzt erst mal. Ja, Patty, du hast aufgegeben. In welchem Film war das, wo der einfach unter sich... ...unter sich, der also ich bin, wenn er dann hochgeflogen ist? Warte, kann ich nicht mal einladen? Ich weiß nur aus 4Lions, diese Hobby-Terroristen. Ich weiß gar nicht, wie viel da hat er das gemacht und, ja. Kann man Patty nochmal einladen? Nee, leider nicht. Tut mir leid. Wir werden auf jeden Fall sehen. 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 Okay, bei ihm kackt's doch ab. Was ist das denn jetzt? Darf ich die Lenkrakete? Boah, das war aber knapp. Das war Heikos Letzter, ne? Ja. Oh, bist du gemein. Ja. Hallo, Heiko. Was? Was? Nee, 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 nee. Doch. Hey, in welche Richtung denn? Hm, aber warte, ich muss mich jetzt irgendwie hier hinstellen, dass du mich da nicht wegkriegst. Was? Ach so. Ach so. Ach so. Ja, Mensch, Heiko. Mensch, Juti. Oh nein. Was? Oh nein. Was? Nee, ich sag jetzt nicht. Was? Da steht ja nicht so gut. Ach, sag los. Was sei denn morgen Samstag, gell? Blatt! Und, tschüss. Ah, sowas, aber was mache ich da unten, weil ich... Ach so, ich dachte, okay. Alles cool. Alles cool. Was machst du jetzt? Mach jetzt das ultimative... Ultimativ. Ultimativ. Okay. Ein Ninja sei, ja, das ist eine sehr nüt, aber das brauche ich jetzt nicht. Es wird das klappen. Was ist das, eine Lenkrakete? Ja. Das ist eine Lenkrakete. Da bin ich jetzt... Da bin ich jetzt gespannt. Kann auch noch mal jetzt noch. Nein! Oh! Ist das so tief? Deine Müde... Mein Wurm wird müde. Ready? Die Luise? Ja, das ist natürlich nicht so geil. Kann ich das umändern so, glaub ich, gell? Nein! Tschüss, Opa! Boah! Boah, wie weit der geflogen ist! Also, jetzt ist er tot. Oh! Boah! Was? Krass! Was? Das so wegen dem Feuerzeug unten runter. Ja, wahrscheinlich, ne? Krass! So, jetzt! Jetzt, komm! Komm her! Oh, nee! Verpiss dich! Verpiss dich! Ey, nicht so rumgegenfliegen! Hey, wake up! Don't this! Oh, nein! Oh, nein! Oh, Gott! Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Überlebt ihr mit Liefel? 18? Oh, komm! Echt? Sie schauen euch noch mal kurz. Naja, also erst die gute Runde. Von Heiko jetzt nicht so. Na und, dafür macht's Spaß. Ja, ey. Patty hat leider einen Timeout. Egal, weißt du, das ist so krass, sobald wir aufnehmen, hat der irgendwie einen Timeout. Das ist... Weiß ich nicht. Aber ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht sehen wir uns bei der zweiten Folge oder bei einer weiteren Folge. Was weiß ich was, keine Ahnung, bis dahin. Bei Mahnkauf. Tschüss! 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 Äh, wie beende ich Fraps? Genau.